Filmfest München Und das war ein guter Start Und dann gab es auch noch Andere schöne Festivals, die dann folgten Und jetzt vor allen Dingen beschäftigt uns natürlich Die Tatsache, dass er im Kino ist Und ja Es ist immer schön, wenn dann der Film Läuft Genau, ihr habt euch aufgeteilt, habe ich gehört Das heißt, es gibt ein Team, was im Norden unterwegs ist Ihr seid das Team im Süden Karin, wer ist auf der anderen Seite Unterwegs und wie lief es bisher bei euch? Es gibt eine Nordtour, eine Südtour Und eine Sondertour Auf der Nordtour ist Iris Sommerlater Die Produzentin mit Godahard Giese unterwegs Und auf der Sondertour sind Sebastian Friesthoff, der meinen Bruder spielt Und Sebastian Freigang, der den Antagonistin spielt Und ihr seid jetzt seit wann, aber schon auf Achse Mit der Kino-Tour? Ihr schon ein Tickchen früher, ich komme Ein, zwei Tage später nach Seit Dienstag, Montag? Wir hatten ja Vorpremieren und dann Kino-Tour Manchmal geht das so ineinander Aber die Kino-Tour hat eigentlich mit dem Kino-Start angefangen Also am Donnerstag Und macht das einen Unterschied? Also hat man da andere Reaktionen als bei den Festivals? Also München ist natürlich da im Publikum dann meistens vor allen Dingen Fachpublikum Und das ist natürlich immer eine ganz andere Nummer Als wenn die Leute, die den Film besuchen Jetzt klassische Film-Kinogänger sind Und ja, es ist eine andere Atmosphäre Aber beide sind interessant Und man kann aus beiden Schlüsse ziehen und lernen Heute kommt noch was anderes dazu Ihr werdet danach wirklich eine gute Stunde Zeit haben Um über den Film zu reden Dass wir ein bisschen was erfahren, wie das alles entstanden ist Möchtet ihr uns denn noch was mit auf den Weg geben? Was wir vor dem Film unbedingt wissen sollten Karin lächelt, du zögerst Also ja, mit der Frage sind wir natürlich auch erprobt Was wir gerne gesagt haben Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht Ja, es ist eine Ballade Es ist keine Komödie, es ist kein Drama Wir haben das Genre einfach mal Ballade genannt Und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht Dass man sich darauf einlässt Dass es ein Film ist, der eine Welt einen anbietet In dem man wirklich eingeladen ist, einzutauchen Und diese 100 Minuten in dieser Welt zu verbringen Also lasst euch auf diese Welt ein Und danach sprechen wir darüber Und ich freue mich schon sehr drauf Wir freuen uns auch sehr drauf Ein aus Hessen geförderter Film, muss man noch dazu sagen Also großen Applaus an die beiden Und viel Vergnügen mit Bruder, Schwester, Herz Bis nachher Dankeschön Ich freue mich, dass Sie da geblieben sind Dass Sie diesen Film sich angeguckt haben Und ihn hoffentlich genauso toll fanden wie ich Es ist immer ganz schön Ich habe jetzt gerade nochmal die letzte Szene gesehen Da ist mir irgendwie dann so ein kleines Detail aufgefallen Was für mich auch fürs Ganze spricht Weil ich mag diesen Film deshalb Weil er eben so viele schöne Momente hat Die eigentlich nicht handlungstragend sind Sondern nur auf die Stimmung einzahlen Da ist jetzt am Ende Wenn das Auto aus dem Bild rausfährt Kommt das Pferd reingeritten Wie oft habt ihr das gedreht Um das so synchron hinzukriegen? Ich glaube, das hat ziemlich schnell gut geklappt Ich bin ein Freund von One Take Wonders Nee, aber tatsächlich hat diese Szene Oder dieses Bild Glaube ich drei Takes gebraucht Wie lange hast du geübt, um so reiten zu können? Ein ganzes Leben, oder? Schön wär's Aber nein Wir haben ein Jahr vorher Glaube ich einen Reitlehrer an die Seite bekommen Den wir jede Woche nutzen konnten Duften Das hat dann nicht immer geklappt Aber ungefähr ein Jahr Bis ein halbes Jahr So Jede Woche Sind wir dann ausgeritten in den Wald Und Also uns war klar, dass wir So viele wie möglich Also Szenen selbst reiten wollten Und nicht gedubelt werden wollten Und angedacht war eigentlich Oder erlaubt war Dass wir im Schritttempo Oder auf dem Pferd sitzen Aber sozusagen Der Wiesengalopp ist jemand anders Ja, ja Oder ein gefühltes Angaloppieren Aber dann sofort stoppen Und dann wird die Perücke getauscht Also ich hatte keine Perücke Aber die Perücke wird aufgesetzt Die Klamotten werden getauscht Und dann reitet die Stuntfrau oder der Stuntman los Und das ist natürlich als Schauspieler Man findet das wahnsinnig frustrierend Weil man möchte das gerne selbst machen Wie Bist du zu Pferden normalerweise so? Ist das große Tiere, große Angst? Nein Also Pferde sind Ich habe extremen Respekt Also eigentlich vor jedem Tier Das sind sehr große Tiere Aber lustigerweise Extrem scheue Tiere Also da muss man Also da Wenn wir ausgeritten sind im Wald Und dann Also irgendetwas liegt da Was irgendwie komisch aussieht Und das ist einfach nur Es könnte eine Plastiktüte sein Die da ist Und Das Pferde Extreme Panik Und da ist Irgendein Das Nein Jetzt Bloß nicht in die Nähe gehen Und Das ist eine lustige Erfahrung Weil Diese Pferde Haben ja eine enorme Kraft Und Also ich weiß, dass die Also die könnten ja alles Also die haben sehr viel Kraft Und die wissen es aber nicht wirklich Und sind sehr Scheu Und das finde ich aber sehr Natürlich sehr spannend Also wie kommst du mit so einem Tier in Berührung Und Gerade unser Leitlehrer Steffen Der meint auch, dass Er macht auch so Wie nennt es sich so So Workshops mit So Businessleuten oder sowas Die werden da hingeschickt Übers Wochenende Um Zu Mit sich klar zu kommen Und Kommunikation zu lernen Und mit dem Pferd Merkt man ganz schnell Dass man Ganz runterfahren muss Und ganz ehrlich sein muss Und ganz doll bei sich sein muss Weil Jegliches Aufgescheuchtes Benehmen Oder ein nervöses Benehmen Projiziert das Pferd Also wird halt sozusagen Verdoppelt oder verdreifacht Und Das heißt man muss da ganz Ganz so Seien Und das ist natürlich ganz toll Für ihn selbst Du siehst auf jeden Fall Sehr cool aus In der Szene Wo die angeritten kommt Und gar nicht gestresst Tom Nach Im Sommer Wohnt Her Unten Ist das der zweite Lichtdurchflutete Sommerfilm Das liegt nicht nur am Namen Dass du Sommerfilme so gerne magst Wahrscheinlich am Ende doch Ich weiß es nicht Aber ja Ich bin ein großer Freund von Sommerfilmen Also Als Zuschauer Ich mag Gerne Filme Wo Hitze Stattfindet Das ist für mich Eine Atmosphäre Die man sehr gut Auch Erzählen kann Und spüren kann Dann auch als Zuschauer Und natürlich macht es auch Sehr viel mehr Spaß Im Sommer zu drehen Also Wahrscheinlich wenn ich Tom Winter Latte Heißen würde Würde ich jetzt nur In Schneelandschaften drehen Aber ich bin froh Dass ich Sommer Latte heiße Ist das tatsächlich so Habe ich mich gefragt Im Sommer macht man natürlich Gerne Außentakes und so Aber Bei 40 Grad im Schatten Sechsmal dasselbe zu drehen Ist im Sommer Wahrscheinlich auch nicht lustig Das stimmt Wir haben sowohl Im Sommer Wohnt Her Unten Als auch Bruder, Schwester, Herz Allerdings fast in einem Spätsommer Also nicht nur fast Wir haben es in einem Spätsommer gedreht Das heißt Die Drehbedingungen waren eigentlich optimal Das ist auch wieder Eine Geschwistergeschichte Bisschen anders gelagert Aber doch ist das Zentrum Eine Geschwisterbeziehung Wie kommt es mit den Geschwistern zustande Nicht nur weil du mit Deiner Schwester zusammen Filme drehst Und dein Vater der Produzent ist Ne also aber Es kommt tatsächlich daher Dass ich ein Familienmensch bin Und zwar ganz einfach Deswegen weil ich in eine Große Familie reingeboren bin Also ich bin Nummer 10 Von 12 Kindern Und das heißt Von Dem Zeitpunkt Als ich dieses Licht Der Welt erblickte Bis heute Identifiziere ich mich sehr Mit dem Familienthema Oder über meine Geschwister Das ist für mich Das wichtigste Dreh- und Angelpunkt Vieler Sachen In meinem Leben Und so kann ich halt auch Aus so einem großen Pool An Geschichten schöpfen Und ich finde es immer Sehr wichtig Vor allen Dingen Für den Filmemacher Der noch am Anfang Seiner Karriere steht Dass man Themen Von Themen berichtet Oder erzählt Die man auch wirklich kennt Es würde keinen Sinn machen Das würde keinen Sinn machen Dass ich jetzt einen Film Über Zwar interessante Themen Aber Themen Die weit von mir weg sind Mache Das behalte ich mir dann Lieber für später auf Wenn ich Wenn ich fest im Sitz Sitze Im Sattel Im Sattel Der zehnte von zwölf zu sein Ist wahrscheinlich einfacher Als der zweite von zwölf zu sein Insofern ist deine Geschwisterbeziehung Oder frage ich Ist deine Geschwisterbeziehung Dadurch weniger durch Kampf geprägt Als bei anderen Also es gibt Vor- und Nachteile Einer der letzten Also der jüngsten zu sein Der Vorteil ist tatsächlich Dass Ja Die Geschwister Dass man irgendwie Das Netztäkchen ist Und irgendwie immer Ja Der süße kleine Bruder Oder so Also ich Ich kam ganz gut Durch meine Jugend Andererseits In der Pubertät War es dann so Dass wenn ich gesagt habe Mama Ich würde gerne das Auto nehmen Dann hat Mama gesagt Deine Brüder haben schon das Auto genommen Und haben es zu Schrott gefahren Also die haben dann wiederum Von meinen Geschwistern schon gesehen Was für Kinder Was Kinder für einen Unfug machen können Deswegen habe ich dann auch Den Nachteil erlebt Dass ich nicht derjenige sein konnte Der Den das zum ersten Mal beibringt Was Kinder so für Quatsch bauen Weil das haben die Geschwister ja schon gemacht Solche großen Familien Haben im Grunde aufgehört zu existieren Also zwölf Kinder Zumal in unserem Land Ist wahrscheinlich eher die Ausnahme Wie hat sich das verändert So eine Geschwisterbeziehung In der sogenannten Moderne Also ich habe ja nicht früher gelebt Aber das was ich weiß Ist dass früher Familien zusammengehalten haben Aus einem ganz einfachen Und pragmatischen Grund Nämlich Existenz Es gab keinen Staat Der dafür gesorgt hat Dass egal was passiert Man eine Absicherung vom Staat bekommt Das heißt Wenn man in einer Not war War man früher Konnte man immer Auf seine Familie zurückgreifen Und das hat natürlich verbunden Und das hat natürlich So ein So ein Gefüge auch Sehr wichtig gemacht Für jeden Einzelnen Heute haben wir das Glück Dass wir den Staat haben Allerdings gehen da Gewisse Verbindungen Natürlich auch dadurch Verloren Nämlich dass man stolz Und Ja Also seine Geschwister Wirklich viele Begegnungen Mit ihnen hat Das heißt Es ist eine Sache Wo ich mir Ich bin mir sehr sicher Selbst wenn es bei mir Nicht so ist Weil ich habe eine große Verbindung zu meinen Geschwistern Aber alle die Geschwister Die diese Verbindung Verloren haben Den fehlt etwas Und selbst wenn sie sagen Mein Bruder finde ich blöd Oder meine Schwester Finde ich blöd In Wirklichkeit Schlummert in jedem Von denen eine Sehnsucht Eine bessere Beziehung Mit ihren Geschwistern zu haben Das ist ja auch für dich Der zweite Geschwisterfilm Den du mit Tom machst Wie ist die Problematik bei dir? Bist du sozusagen Über das Drehbuch dahin gekommen Oder hast du eigene Geschichten dazu? Ich habe Hoffentlich eigene Geschichten dazu Aber ich habe Also ich persönlich Ich habe keine Geschwister Ich habe aber auch Eine sehr Enge Familienstruktur Aus der ich komme Also meine Familie Kommt aus Polen Und als meine Eltern Noch zusammen waren Und ein Haus hatten Dann war immer meine Oma da Die auf mich aufgepasst hat Wenn meine Eltern gearbeitet haben Oder meine Tante Und meine Cousine War da Meine Cousin waren da Ich glaube Dass es trotzdem noch Was anderes ist Geschwister zu haben Also in so Momenten Wo meine Eltern sich trennten War ich alleine da Und musste das alleine Damit klarkommen Wahrscheinlich wäre das anders gewesen Mit jemandem zusammen Das Aber Also solche Rollen Also im ersten Film War ich ja nicht Das Geschwisterpaar Sondern einfach nur Eine Die Partnerin eines Bruders Und jeder Mensch hat ja Trägt ja so seinen Konflikt Mit sich Seine Wunschvorstellung Vom Leben Und ich finde Damit kann man sich Eigentlich immer verbinden Weil das sind sehr Archaische Wünsche Die man hat Also geliebt werden Oder eine Familie gründen Oder Erfolg haben Macht haben Oder was weiß ich Und Damit kann man sich Ganz gut Verbinden Und hier in dem Film Ist es ja auch Eine sehr starke Sehnsucht Das ist eine Liebesbeziehung Und auch wenn ich Keinen Bruder habe Aber es ist für mich Eine Liebesbeziehung Die ohne das Sexuelle Quasi stattfindet Und auch Eine Geschichte Übers Erwachsen werden Und Also es gibt Ganz viele Themen In diesem Film Auch das Dass die Beiden Eine Verantwortung Übernehmen Für diesen Hof Also Wahrscheinlich wurden sie Nie danach gefragt Sondern Der Vater hatte einen Unfall Die Mutter hat sich getrennt Ist weggegangen Und dann War dieser Ort da Der irgendwie Stattfinden sollte Und Ganz automatisch Kommt man in eine Rolle Und Und Füllt die aus Als Kind Oder Jugendlicher Und Und dann 10, 15 Jahre später Kommt so eine Kleine Frage Ob man das überhaupt Will oder nicht Du hast gesagt Du warst die Partnerin Eines Bruders Ich kann das ein bisschen Abwandeln Und dann passt es Für diesen Film Du bist hier die Partnerin Deines Bruders Ohne die sexuelle Ebene Wie du es gesagt hast Wie hast du Diese Partnerschaft Gefühlt In der Rolle Der Lilly Als Spielerin Ja Also ich habe das nicht Weil ich das nicht kann Ich habe keine Schwester Ich habe keinen Bruder Das heißt es ist Also es geht Es geht nicht Ich habe diese Erfahrung Nicht Aber ich habe die Erfahrung In jemanden verliebt zu sein Oder jemanden stark zu lieben Ich habe auch die Erfahrung Jemanden zu lieben Der mich nicht zurückliebt Oder verletzt zu werden Jemanden anderen zu verletzen Zu erwarten Dass jemand anderes Auf mich zukommt Und all diese Geschichten Also ich glaube Da kann sich jeder Mit verbinden Und Ich habe versucht Mich damit zu verbinden Und zu merken Einfach Was will ich von Franz Als Lilly Und Was will ich von mir Vielleicht Was will ich von meinem Vater Was Also Dieses ganze Spannungsnetz Aufzubauen Was sind Sehnsüchte Was sind Verletzungen Und daraus ergibt sich dann Hoffentlich Eine Figur Mit der man Irgendetwas anfangen kann Ich finde ja Die Beziehung Zwischen diesen beiden Spannend Weil man Also mir ging es zumindest So sehr lange Darauf wartet Dass es umschlägt Dass es ins Sexuelle Ausgreift Und dass man Eine klare Inzestbeziehung hat Die Wie auch immer Bewertet wird Das passiert nicht Wie hast du das Mit dir selbst diskutiert Oder mit deinen Mitarbeitern Um diese Grenze zu setzen Zu sagen Wir gehen weit Aber wir gehen Nicht über die Grenze hinaus Also Es ist Auf jeden Fall Gewollt Dass diese sexuelle Energie Die ja auf jeden Fall Vorhanden Zumindest Begreifen wir erst später Dass es eben keine Sexuelle Sondern eine Intime Energie ist Aber zumindest Haben wir am Anfang Diesen Eindruck Es ist eine Sexuelle Energie Und das ist Eine Sache Wo wir uns als Zuschauer Sehr lange Denken Es könnte eben auch Ins Zestiöse Umschwenken Aber Für mich war es gleich klar Ich möchte eben nicht Eine weitere Inzestgeschichte machen Sondern eine Geschichte Die über eine Beziehung Zwischen Bruder und Schwester Berichtet Die man eigentlich Bei siebenjährigen Kennt Weil tatsächlich Ist es genau das Ich weiß noch Meine kleine Schwester Und ich Wir waren genau Dieses Paar Und für mich war es klar Später heirate ich Meine Schwester Weil das war die coolste Das war die einzige Die einzige Person Mit der ich All das schon Erlebt habe All diese Abenteuer Es war Keine Frage Und gleichzeitig Wusste ich Als kleiner Junge Überhaupt nicht Was Sexualität ist Aber das hast du ja Quasi in deinen Film Übernommen Denn Franz Hat ja auch So eine infantile Ader Und dieses Sich weigern Erwachsen zu werden Und wir wollen spielen Ob das jetzt Billard ist Oder irgendwas anderes Und ich war Schon mal betrunken Am Steuer Aber noch nie So betrunken wie er Also das sind schon Alles so Erfahrungen Die er macht Und alles so So Dinge Die er für sich setzt Die eben Ein Erwachsenwerden Gar nicht zulassen Absolut Der Franz Ist ein großer Junge Der eben Sehr viel Über seine Naivität Auch seinen Charme Entwickelt Also es ist ja so Dass wir Bis zu dem Zeitpunkt Wo diese Welt Auf einmal Eben anfängt Zu bröckeln Auch als jemanden Wahrnehmen Der total Damit auch Strahlt Also es ist Eine schöne Person Die eben Überall ihre Infantilen Naiven Seiten Einfach auch Punkten kann Bei uns An Sympathie Und ja Das ist allerdings Fängt dann an Zu bröckeln Sobald Dieses Gefüge Zwischen ihm Und seiner Schwester Nicht mehr da ist Dann schlägt es um In eine Figur Die auf einmal Unsicher ist Die auch Eine gewisse Aggression Zutage legt Und eben auch Den ganzen Glanz Verliert Vom Anfang Die Situation Auseinander Auseinander Also doch Quasi da Wo die Inzestuöse Geschichte Endet An der An der Grenze Scheitert die Beziehung Der Geschwister Nicht unbedingt Weil die haben das ja auch Schon Jahre zuvor So gehandhabt Dass Sexualität Völlig Das ist völlig In Ordnung Dass Sexualität So lange sie ohne Liebe Stattfindet Ja okay Insofern Stimmt es Wobei ich Immer noch Zweifeln würde Oder daran Zweifel Oder ich Nicht unbedingt Sagen würde Dass Lilly Sich wirklich In Chris Verliebt Es ist Eventuell Eine Instrumentalisierung Einer Person Um dem Bruder Einen reinzuwirken Also das könnte ich mir Sehr gut vorstellen Ich weiß es nicht Das ist etwas Was der Figur Lilly Überlassen wurde Ob sie das so sieht Oder nicht Auf jeden Fall Ich als Zuschauer Glaub nicht unbedingt Dass es jetzt Wirklich der Mann Ihrer Träume ist Das ist jemand Der ihr eine Möglichkeit Gibt Auf der einen Seite Etwas Neues Kennenzulernen Eine fremde Welt Wo sie tatsächlich Die Sehnsucht Danach hat Und auf der anderen Seite Aber auch Eine perfekte Person Nämlich das Genaue Gegenteil Zu Franz Um Franz Zu ärgern Weil Franz Hat eben Sie auch Ein bisschen Jetzt enttäuscht Oder Im Stich gelassen Zum Beispiel In der Modernisierung Des Stalls Und so weiter Und da Ist Frust bei Lilly Und sie will Ihm eine Reinwirken Also denken wir Den Film noch Fünf Minuten weiter Dann hält das Auto an Lilly steigt aus Und setzt sich hinten Auf den Hintern Von dem Pferd Und reitet Entspannt mit ihm zurück Ist das die Perspektive? Ich weiß nicht Ich finde das ganz schwer Das zu beantworten Weil Der Film natürlich Nicht ohne Grund Dort endet Wo er endet Und Das auch Bei jedem einzelnen Menschen Der diesen Film sieht Belassen werden soll Weil ich finde Das ist ein Moment Wo man sich Mit sich selbst Verbinden kann Also wenn ich Ein offenes Ende habe Dann verbinde ich mich Mit meiner eigenen Sehnsucht Also was ich Hinein projiziere Deswegen ist das Für mich gar nicht Ja aber wichtig ist doch Wie hast du die Figur gedacht? Hast du sie so gedacht Wie Thomas gerade vorgeschlagen hat? Ich wirke dem Franz Einen rein? Nein, nein Also ich habe Ich habe die tatsächlich Also das war natürlich Es war lustig Dann auch die ersten Publikumsgespräche zu haben Oder überhaupt Wenn man dann hört Wie Sebastian Vriesdorf Irgendwas zu der Figur sagt Und irgendwie Ja der sucht halt Immer Mutterfiguren Und jetzt ist halt Und dann war ich So leicht beleidigt Weil ich dachte So hä? Und für mich persönlich War das schon Eine Liebesgeschichte Und Das habe ich Eher gespielt Und was mit Chris Der Figur ist Also klar gibt es Vielleicht so eine Art Verknalltheit Aber Wir haben Lustigerweise Das darf ich wahrscheinlich Verraten Godehard Ist ja auch ein sehr Passionierter Schauspieler Und meinte dann irgendwann Es braucht noch eine Szene Um diese Beziehung zu verstehen Eine Sechs-Szene Tatsächlich überhaupt nicht Eine Szene zwischen Lilly und Chris Wo die beide Nicht nur Bevor sie an den See fahren Die sind Es gibt ja diese Szene Wo sie sich am Kühlschrank kühlt Und dann hat er Gesagt Es braucht diese Szene am See Die haben wir gedreht Wo die beiden am See sitzen Und miteinander reden Und da habe ich etwas begriffen Weil dieser Mensch Lilly hat bisher Immer mit den gleichen Figuren zu tun Diese Figuren vom Land Dann ihr Bruder Und die Sachen wiederholen sich Die Gespräche wiederholen sich Die Gegebenheiten wiederholen sich Plötzlich kommt da dieser Mensch Der so eine ganz andere Welt Hineinbringt Ein Musiker Also ich meine Mit sowas hat man überhaupt Nicht zu tun gehabt bisher Ein Mensch der irgendwie anders denkt Der Und Es gibt in dieser Szene Die wir gedreht haben Die nicht vorkommt Gibt es einen Moment Wo er Irgendwas erzählt Von seinem Lied Glaube ich Eine Ein Zitat oder sowas Und Er sie fragt Was denkst du Er spielt auf der Gitarre Eine Melodie Und fragt sie Und sie fragt Wovon handelt das Lied Und er sagt Sag du doch Was du empfindest Und sie sagt Ich hab keine Ahnung Weil ich kenn mich mit Musik nicht aus Ich kann dazu nichts sagen Weil das nicht Damit hab ich nichts zu tun Und er sagt so Aber wieso Selbstverständlich jeder hat Ein Gefühl Du kannst etwas dazu sagen Und das ist Das erste Mal Dass ihr das im Leben passiert Dass jemand Sie nicht auf dieses Okay Sie ist eine Frau Die kann trinken Sie kann Whisky trinken Sie kann auch jemandem Eine reinhauen Und sie kann All diese Dinge Sie kann pokern Aber es ist zum ersten Mal Jemand da Der ihr irgendetwas anderes zutraut Also Weißt du was ich meine Und das Macht in ihr etwas Also plötzlich Gibt es eine Verbindung Zu einer Außenwelt Wo man Sich selbst auch neu erfinden kann Das ist für mich Das Also es hat Er ist nur ein Trigger Er ist wie ein Katalysator Aber Plötzlich hinterfragt man sich Kann ich Jemand anderes sein Gibt es ein größeres Ich Als das was ich bisher gelebt habe Und Und das jetzige Ich Was dort stattfindet Mit Franz Hat natürlich Die Sorgen von dem Hof Der nicht funktioniert Der Vater der Keine Liebe hat Der Bruder der irgendwie Stehen geblieben ist Seit Jahren Den sie auf jeden Fall liebt Aber Plötzlich Also das ist für mich Und das ist für mich auch wahnsinnig spannend Dieser Moment Die Konfliktlage Die wird aufgegeben Die wird aufgegeben Oder die muss aufgegeben werden Wenn man Sich selbst verwirklichen will An welcher Stelle War das für dich klar Dass es dieses Kippen geben muss Also es ist klar Also es ist klar Dass es aus dramaturgischer Sicht kommen muss Sonst würden wir ja einfach nur diese Welt Im Status Quo weiter zeigen Und Es war relativ schnell klar Dass Lilly diejenige ist die geht Und dadurch Die Welt Droht Zu zerbrechen Und Wenn du meinst An welcher Stelle Meinst du an welcher Stelle Im Drehbuch Ja genau Prozess Ja das war eigentlich Ziemlich schnell klar Es gab auch mal eine Fassung Wo ich Franz gehen lassen habe Tatsächlich Aber das Hat nicht funktioniert Es musste schon Lilly sein Die eben Die Mit dem Frust Des Hofes Eben Einen größeren Motiv hat Eine größere Motivation hat Zu sagen Ich brauche eine Veränderung In meinem Leben Denn Franz ist ja im Grunde Selbst wenn es nicht gut läuft Der guckt sich ja die Buchhaltung nicht an Der ist ja nicht derjenige Der darunter leidet Der Der ist derjenige Der mit dem wie es ist Also Status Quo halten möchte Und Diese späte Entnabelung Im Grunde Das was bei Kindern Dann mit der Pubertät Anfängt Nämlich Zu sagen Ich möchte jetzt Andere Freunde haben Als meinen Bruder Diese späte Entnabelung Ist im Grunde Auch eine Sache Die mich interessiert hat Was passiert denn Wenn es eben bei 35-Jährigen ist Und Und nicht bei Kindern Und Wie groß werden die Probleme dann Und Das war dann so ein Versuchsfeld Ich schreibe ja auch meine Geschichten Tatsächlich nicht so Dass ich weiß Wie das Ende Ist Also ich habe nicht Ein Plot Dem ich gerecht werde Mit den Figuren Sondern ich habe Figuren Die einen Plot entwickeln Indem sie Diese Reibung miteinander haben Und er musste dann Seine Mutterfigur heiraten Und aus der Ranch Einen Gemüsegarten machen Ja Um Lilly zu sagen Nö Ist schon okay Du kannst dein Leben führen Ich führe mein Leben In Wirklichkeit ist das Was ihm Total Am liebsten wäre Dass Lilly sagt Ich bleibe jetzt hier Und dass sie sich wieder In die Arme nehmen Und sich versöhnen Aber das Dazu braucht es halt Einen Der den Schritt Zum anderen macht Und das haben Beide leider nicht Gemacht Oder machen es sehr lange nicht Weil sie zu stolz dafür sind War von Anfang an klar Wer welche Rolle spielt Also Karin die Schwester Und Jenny die Liebhaberin Die Angestellte erst Und dann die mütterliche Freundin War das von Anfang an klar Oder hätte es auch eine Konstellation geben können Wo es genau umgekehrt ist Wo Jenny die Schwester ist Und Karin die Liebhaberin Die dann eine ganz andere Dynamik Reingebracht hätte natürlich Ne in dem Fall nicht Weil tatsächlich habe ich ja Diesen Wie ich es anfangs meinte Diesen autobiografischen Ansatz Dass ich tatsächlich eine Beziehung Genommen habe Die zwischen mir und meiner kleinen Schwester Statt gefunden hat bereits Und die geht nur Wenn es tatsächlich Geschwister sind Die altersmäßig sehr naheinander sind Ich glaube die Geschichte Hätte auch nicht mit einer Großen Schwester Und einem kleinen Bruder Im Sinne von Zehn Jahre Unterschied Oder noch mehr Funktioniert Es muss schon So sein Dass die beiden In diesem Alter Wo man eben Kind ist Beide Kinder waren Und eben gewisse Abenteuer Miteinander erlebt haben Wie hat sich diese Figur Der Jenny entwickelt Ich finde sie ja Auf eine Art Also sie ist so Zickiger Freigeist Oder freigeistige Zicke Oder spießige Zicke Was man immer so will Trotzdem ist sie irgendwo liebenswert Sie ist nicht komplett Unsympathisch Also es ist ein sehr Changierender Charakter Hast du das mit ihr Ausgearbeitet Oder hast du ihr das vorgeschrieben? Ja das Drehbuch Bestand War schon fertig Als Jenny mit An Bord kam Also als Jenny die Rolle Dann Gekriegt hat Also insofern Habe ich es im Grunde Ihr So vorgeschlagen Und wir haben dann Natürlich darüber geredet Und alles Aber Ein wichtiger Punkt Also ich finde es sehr wichtig Dass jede Figur In ihrem Handeln Zu verstehen ist Zu nachzuvollziehen ist Also deswegen ist Jenny Für mich auch nicht zickig Sie ist einfach nur Jemand der ein sehr Tragisches Leben hat Nämlich da gelandet zu sein In diesem In diesem Ort Ohne die Möglichkeit Da wirklich ausbrechen zu können Weil sie ist auf der einen Seite Finanziell irgendwie Abhängig davon Weil sonst Ja Sie Und sie hat auch irgendwie Nicht die Energie Zu gehen Das heißt sie Lebt so einen grauen Alltag Und muss da mitmachen Aber ist natürlich Total frustriert Von ihrer Über ihre Situation Und jetzt kommt der Zeitpunkt Wo Lilly geht Und es entsteht ein Vakuum Den sie füllen kann Ausfüllen kann Und jetzt auf einmal Fängt das Leben Wieder an Sinn zu machen Sie kann wieder jemand sein Sie ist wer Nämlich die Frau Am Hofe Lennarts Und klar Wenn Lilly zurückkommt Hat sie Überhaupt gar kein Interesse Diese Rolle wieder abzugeben Und alles was daraus resultiert Was man als zickig Jetzt bezeichnen könnte Ist eigentlich nur eine normale Reaktion Darauf seinen Platz zu verteidigen Im Abspann Also Lennarts Mehr als gepflegt Absicht Zur Landwirtschaft Und wie habt ihr den Hof gefunden Ja das war ein langer Prozess Ich bin wirklich durch die ganze Republik Und hab dann irgendwann gemerkt Absolut desolaten Zustand War mir gleich klar Hier werden wir drehen Das ist unser Motiv Und die Autobahn Habt ihr dran geschnitten Für den schönen Wie ich finde Gelungenen Witz Dass er sagt Hier sollten wir unseren Hofladen haben Und Lilly sagt dann Ja genau Und die steilten dann Auf dem Steinstreifen War das Drehbuch Oder habt ihr das improvisiert Es war tatsächlich glaube ich Alles Drehbuch Also Tom schreibt wirklich Extrem gute Dialoge Wie ich finde Und da ist es besser Wenn die Schauspieler Nicht improvisieren Ist das grundsätzlich Auch eine Haltung Von dir Wo du sagst Ich gucke was das Drehbuch macht Und halte mich erstmal zurück Oder gibst du immer auch Sachen vor Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen Was kannst du dir nicht vorstellen Dass du dich komplett zurückhältst Tatsächlich Versuche ich erst einmal Das ganz doll anzunehmen Was ich lese Und Versuche das ganz lange Zu nehmen So wie es ist Also ich gehöre jetzt nicht Zu den Spielerinnen Die sehr schnell sagen Das mache ich nicht Weil ich denke Okay jemand hat da dran geschrieben Jahre wahrscheinlich Da wird sich die Person Schon irgendwas dabei gedacht haben Also versuche ich So lange wie möglich Zu versuchen Das irgendwie zu interpretieren Und wirklich Wenn es gar nicht mehr geht Und spätestens in der Probe Kurz vorm Drehen Probiere ich das halt Drei, vier Mal aus Und wenn ich dann Immer noch merke Dass ich jedes Mal Einen anderen Impuls habe Dann sage ich so Könnte ich bitte Was anderes sagen Aber ich versuche das schon Anzunehmen Außer etwas ist Wirklich Naja Aber Genau Und bei Tom Finde ich das tatsächlich so Dass er Schon bei Im Sommer wohnt er unten Da gibt es gar nichts Zu improvisieren Und auch wenn man Den Film sieht Finde ich den Also es wäre Quatsch Da irgendeinen anderen Satz Zu sagen Was natürlich Ein sehr großes Glück Ist als Schauspieler Oder Schauspielerin Weil man Sich komplett aufs Spielen Konzentrieren kann Und sich darauf verlassen kann Dass Dass er Durchdacht ist Und Diese ganzen Beziehungen Und warum jemand was sagt Wie Ist diese Zusammenarbeit Ihr seid ja quasi Wie eine Familie Also deine Schwester Produziert Die Schauspieler sind Zumindest in den beiden Filmen Dabei Du hast auch noch mehr Kleinere Filme gemacht Wo immer wieder Dieselben Leute vorkommen Also es ist quasi So eine Szene So eine Clique Kennt ihr euch auch privat Seid ihr befreundet? Mittlerweile Ja man hat sich Also ja Wir haben uns Natürlich Das ist ein Riesenglück So empfinde ich es Aber ich bin auch Schauspielerin Nicht diejenige Die sich das aussucht Sondern ausgesucht wird Und Auch mit Goderhard Und Also mit Goderhard Wir haben jetzt ja nicht So die Wahnsinns Riesenszenen Sondern wir spielen die Meistens Also das Wesentliche Passiert meistens im Off Und wir kommen Also zum Beispiel Die Sehszene Wo wir Die anderen spielen Poker Und wir kommen An Und mit so jemanden Wie Goderhard Wo wir uns kennen Wir wussten irgendwie Okay lass uns jetzt Wir werden jetzt so richtig Spaß haben Und so Und den anderen Auf die Nerven gehen Macht das natürlich Total Spaß Dadurch dass man sich kennt Kann man da reingehen Und das gemeinsam entwickeln Diese Vertrautheit Ist da sehr sehr hilfreich Das ist tatsächlich auch Ein Vorteil einer Sogenannten Filmfamilie Weil Karin und Goderhard Kannten sich ja auch Vor dem Sommer Wohnt da unten nicht Das heißt Man schafft es tatsächlich Mit Leuten Weiterzuarbeiten Und ich denke mal Bevor man sagt Okay jetzt sollten wir mal Ein paar neue Leute ranholen Weil jetzt langsam Ist der Drops ausgelutscht Das braucht schon Vier, fünf, sechs Filme Bis dahin ist es weiterhin Ihr habt es gehört Bis dahin ist es weiterhin Immer jedes Mal Eine Bereicherung Weil tatsächlich Gewisse Sachen Dann Nicht mehr Diesen Vorlauf brauchen Wie bei der ersten Begegnung Also insofern Macht es total Sinn Mit Leuten weiterzuarbeiten Roland Emmerich Hatte die Das Prinzip Nie zweimal Mit demselben zu drehen Warum? Also da gibt es auch andere Das habe ich ihn leider nie fragen können Schade Das wäre interessant Weil für mich ist zum Beispiel Es hat auch sehr viel Mit Vertrauen zu tun Also wenn man Dann anfängt Mit jemandem zu arbeiten Dann Gibt man sich auch In die Hände Also als Spieler Spielerin In die Hände Des Regisseurs Oder der Regisseurin Und dazu ist natürlich Sehr viel Vertrauen Also manchmal macht man ja Dinge Die sagen einem Mach mal das Also Zum Beispiel Die Szene Wo ich mit Godehard Giese In der Scheune lande Und mit Godehard Giese Mit Chris Lilly und Chris Haben miteinander Schlaf miteinander Und da hat Tom Das sieht man jetzt Im Film nicht Aber Bestimmtes gewollt von mir Was ich da spiele Was ich in dem Moment Wirklich dachte Wirklich Ernsthaft Und aber Tom meinte Ja mach das Und es hat auch wirklich nur Das hat es da nicht In den Film geschafft Entweder war seine Idee So schlecht Oder mein Spiel So schlecht Aber Jetzt musst du aber doch Erzählen was das war Es war ein bisschen Es war ein bisschen eine Hommage An einen anderen Film Wo keine Sexszene stattfindet Aber eine Reitsszene Eine im weitesten Sinne Rodeoreitsszene Und er wollte Dass ich da Also dass ich da halt So megamäßig abgehe Und das ist natürlich So ein bisschen ungünstig Wenn man da so halbnackt Im Heu kniet Und aber dadurch Dass es Tom war Und ich Dieses Vertrauen halt Zu ihm habe Konnte ich das In dem Moment machen Also weil man Also es ist auch ein bisschen So man verkauft sich wirklich Weil ich weiß nicht Was dieser Mensch In den Film schneidet Ich habe darüber auch keine Ich habe Ich Meine Hand Was hat dazu nichts zu sagen Nicht drauf Ja sondern Wenn ich etwas spiele Dann laufe ich auch Gefahr Dass das in den Film kommt Und Naja es ist so Redakteure entscheiden dann Wie der Film wird Und ich kann das Buch so lesen Und dann sieht das ganz anders aus Was natürlich ein bisschen krass ist So als Spieler Weil Am Ende kann man auch Sich ein wenig vergewaltigt vorkommen Also jetzt mal so ganz bildlich gesprochen Aber genau dieses Vertrauen Dass man miteinander hat Dass man Sich kennt Filmgeschmack kennt Und überhaupt einen Menschen kennt Und das Herz und sowas Geht man dann Schon auch mal über Dinge Wo man selbst in dem Moment Nicht weiß Ob das richtig ist Aber man tut es Und das ist glaube ich Ein großes Geschenk Was man einander dann geben kann Du bist ja selbst auch Schauspieler Das ist vielleicht ein Vorteil Würdest du sagen Dass deine Regiearbeit Figurenorientierter ist Als bei anderen Die eben nicht so genau wissen Was das bedeutet Schauspieler zu sein Also auf jeden Fall ist die Kommunikation Also die Sprache eine Die eine andere ist Das kann ich ja auch Selbst als Schauspieler Habe ich ja auch schon erlebt Mit Regisseuren zu arbeiten Die sehr technisch arbeiten Das heißt die Werden mir Als Schauspieler Anweisungen geben Mit denen ich erstmal nichts anfangen kann Außer ich habe im Laufe der Zeit Eine Übersetzung dafür gefunden Also zum Beispiel Macht das mal viel lustiger Man kann nicht eine Sache lustiger machen Sei mal entspannt Genau Wie auch immer Sei mal sympathisch Sei mal sympathisch Das muss sympathischer jetzt werden Das gibt es nicht Das ist keine Motivation für einen Schauspieler Außer man ist erfahren genug Und kann sich das übersetzen Dann kann man so technische Regieanweisungen Auch tatsächlich irgendwie annehmen Aber natürlich ist es viel schöner Würde ich mal sagen Für einen Schauspieler Wenn die Sprache mit dem Regisseur Eine gleiche ist Mit der man halt Wo man dann halt auch wirklich Nochmal an andere Ecken kommen kann Weil eventuell wäre dieses Was man sich übersetzt hat Sympathischer das zu machen In Wirklichkeit Noch hätte eine andere Farbe gekriegt Wenn der Regisseur Sich so ausgedrückt hätte Dass der Schauspieler versteht Aus welcher Motivation Das tatsächlich so entsteht Und ich glaube Das ist etwas Was unsere Arbeit Sehr fruchtbar macht Oder? Wie ist deine Position als Regisseur? Hast du sozusagen den Backup Deiner Schwester und deinem Vater Die dir all die bösen Dinge Wie Geld auftreiben Fördermittel Bewerben Einwerben Und Fernsehanstalten dazu Und so weiter Vom Hals halten Und sagen Schreib du deine Geschichte Und mach du deinen Film Und wir sorgen uns für den Rest Oder Ist es so Dass du in Zusammenarbeit Überlegst Der Stoff kann funktionieren Der ist zu extravagant Der ist zu Indie Der hat zu wenig Pep Der hat einen zu offenen Schluss Und so weiter Also gehst du mit dem Markt An deine Filme ran Oder machst du das ganz für dich Und überlässt den Markt den anderen? Ja Ich würde sagen Aber automatisch dadurch Dass ich auch einen Anspruch habe Dass man einen Film Tatsächlich unterhalten Also unterhält Nicht eben nur Kopf Intellektuellen Film Verkopfter Intellektuellen Film ist Denke ich Habe ich die Marktgesetze Automatisch auch Ein Stück weit Intus Also auch wenn jetzt Bruder Schwesterherz Nicht aussieht wie ein Film Der Blockbuster ist Trotzdem glaube ich Dass jeder Mensch Wenn er die Bereitschaft hat Sich den Film Wirklich ehrlich anzuschauen Jeder Menschen Zugang dazu hat Und das ist im Grunde Das was mein Marktgesetz ist Ich will nicht einen Film machen Der eine gewisse Bildung Wie sagt man Voraussetzt Damit ich diesen Film Auch wirklich verstehen kann Ich will dass ein Mensch Einfach nur sein Herz öffnet Wenn er sich entscheidet Diesen Film anzugucken Und wenn er ihn öffnet Ist jeder in der Lage Ihn zu verstehen Wie habt ihr ihn finanziert Wie viele Drehtage gab es Und was für ein Budget Also finanziert Von der hessischen Filmförderung Und auch von der Medienboard Der Das Budget Ich meine wie gesagt Du hast es richtig gesagt Ich bin ja der Regisseur Ich habe ja keine Ahnung Was da für ein Geld geflossen ist Auf jeden Fall Okay finanziert Sodass wir ihn machen konnten Aber eben auch Trotzdem unter dem Budget Was wir uns Also gewünscht hatten Das muss man auch dazu sagen Gut Ist mein zweiter Vielleicht ist das Beim dritten dann Diesmal so Dass wir auch unsere Volle Finanzierung bekommen Und gedreht haben wir Anderthalb Monate Was ein relativ entspanntes Arbeiten ist Oder? Nein Also es war ein entspanntes Arbeiten Weil man mit den Kollegen Und sowas hat man Eine gute Zeit Aber wenn ein Film Nicht so finanziert ist Wie er es verdienen würde Geht das auf Kosten Des Teams Es geht auf Kosten dessen Dass man viel mehr Szenen An einem Tag drehen muss Das heißt die Drehtage Werden extrem lang Obwohl es über 40 waren Es waren nicht über 40 Drehtage Achso wir haben in anderthalb Monaten 30 Drehtage 30 Okay Uli 30 Drehtage Ja Aber trotzdem Also Es gibt natürlich auch andere Filme Die werden über ein halbes Jahr gedreht Und dann hat man natürlich auch Die Zeit Also Das ist mein Wunsch Ich möchte Ich möchte gerne die Zeit haben Eine Szene So zu drehen Und so die Zeit haben Eine Szene zu entwickeln Bis wir alle das Gefühl haben Sie ist super gut Das Schöne ist Dass man sich auf Tom verlassen kann Und Dass er weiß Wann man Wann es okay ist Also wann es gut ist Und wann man weitergehen kann Aber Von mir aus Hätte es gerne noch mehr Zeit Geben können Für das Entwickeln Und Ja Also Das ist jetzt doof Voll So beantworte ich Das war es mit den zwei Filmen Die wir gemeinsam gemacht haben Ich verabschiede mich Hiermit herzlichst Du bist Auch anderes Arbeiten gewöhnt Du bist die Tatort-Kommissarin Karin Gornjak Jetzt fällt mir gerade auf Dass der Name ja auch Irgendwie so einen Slawischen Anklang hat Der Vorname ist identisch Das ist Hat das was zu sagen Ne Die Figur hieß schon vorher Karin Sie hieß vorher Irgendwas mit Bärlauch Irgendwas in die Richtung Und als es dann klar war Dass ich die spielen werde Und ich polnische Wurzeln habe Haben sie sich gedacht Sie machen da irgendwas Slawisches draus Und dann wurde es Gornjak Genau Und wie ist das Fürs Fernsehen zu arbeiten Wie ist das Serie zu machen Selbst wenn es eine ganz kleine Periodizität hat Nämlich nur zweimal im Jahr Das ist Okay Also Das ist ja wirklich jetzt Ich meine natürlich Eine sehr komplexe Frage Darüber kann man viel sagen Oder auch nicht Aber Ich finde Je mehr ich überhaupt Gerade in dieser Branche Zu tun habe Bin ich erschreckt Also früher hatte ein Tatort Weiß ich nicht 26 Drehtage Oder 27 Drehtage Wir haben jetzt 21 Drehtage Trotzdem sollen sie Immer besser werden Immer komplexer werden Und Trotzdem dauern sie Genauso lange Wie vorher Und die Qualität Soll immer besser werden Und das ist natürlich Schwierig Also wir haben auch Extrem lange Drehtage Ich habe gerade Einen sehr schönen Tatort gedreht Mit einem ganz tollen Regisseur Und ganz tollen Kollegen Und auch da Haben wir manchmal Also wir waren schon Am Limit dessen Was wir drehen konnten Und haben dann Manchmal Szenen Nicht geschafft Die dann irgendwo Verlegt werden Auf eine Tage Wo man denkt Aber Also ich meine Wir müssen auch Die Tage schaffen Und das merke ich Tatsächlich Also ohne jetzt hier Irgendwie so negativ zu klingen Aber es gibt eine Entwicklung Dass Irgendwie immer weniger Geld Immer weniger Zeit Aber die Qualität Soll immer besser werden Und das geht auf Also ich komme zum Set Und es gibt fast Gar keine Proben mehr Also im Fernsehen Also Sowas was wir mit Tom Gemacht haben Noch mehr Im Fernsehen noch viel weniger Also da habe ich jetzt Drehe ich Filme Wo man muss eigentlich Schon jeder muss wissen Was er spielt Noch bevor man ans Set kommt Und das finde ich Sehr merkwürdig Weil ich mache natürlich Ich mag diesen Beruf Aufgrund dessen Dass man miteinander Etwas entwickelt Und Und Tom hat eine Vision Wenn er das Buch geschrieben hat Und ans Set kommt Ich habe eine Vision Du hast eine Vision Also alle Menschen Die zusammenkommen In diesem Moment Haben eine Vision Und dann braucht es einen Moment Um das alles in den Pott zu werfen Und dann gucken wir Was es ergibt Und dann versuchen wir Das irgendwie zusammenzuführen Und dann irgendwie Ein geiles Ergebnis zu haben Nicht wahr Also Kunst für mich Egal was ich mache Ich versuche eine Geschichte Zu erzählen Und eine Figur zu erzählen Und ich denke nicht darüber nach Ob ich jetzt einen ZDF-Film mache Oder einen ARD-Film Oder einen Kinofilm Oder irgend sonst einen Film Sondern Ich versuche etwas zu erzählen Und wenn da jemand anderes Mir gegenüber steht Und sagt Du kannst nicht blond sein Weil deine Kollegin ist blond Das heißt Wir müssen dich jetzt dunkel werben Sonst erkennt dich niemand mehr Und ist die ganze Zeit verwirrt Über 90 Minuten lang Weil er nicht mehr weiß Ob du Stefanie bist Oder Fridolin Ist das natürlich extrem frustrierend Das was Tom vorhin gesagt hat Über das Familiäre Und das Arbeiten Mit Leuten Die man gut kennt Das ist ja beim Tatort Im Prinzip auch Also man hat so eine Art Familie Zumindest bei den Darstellern Und Bei den Darstellern Aber das sind bei mir Ja Martin Brambach Und jetzt habe ich eine neue Kollegin Weil meine alte ausgestiegen ist Und es ist jedes Mal Eine neue Regie Das heißt In der Regie nimmt natürlich Eine neue Kamera mit Und neues Licht Und sowas Und jeder hat auch wirklich Eine ganz Also jeder interpretiert das Komplett neu Und hat eine neue Ästhetik Und Also da muss man sich auch Jedes Mal Sehr neu zusammenfinden Wirst du als nächstes Wieder einen Sommerfilm machen Sie merken Es ist die letzte Frage Von meiner Seite Ja Kannst du schon mehr erzählen Ich kann auch sogar schon erzählen Dass es ein Film Über zwei Schwestern ist Zwei Schwestern Das macht auch Sinn Dass es angefangen hat Mit zwei Brüdern Ein dann Bruder Schwester Und dann endet die Trilogie Mit zwei Schwestern Die Trilogie der Sommerfilme Der Sommerfilme Oder der Geschwisterfilme Oder der Sommergeschwisterfilme Das ist ein super Titel Für die Für die Für die DVD-Box Sommerlattische Sommergeschwisterfilme Sommerlattische Geschwisterfilme Ja und Aber so viel mehr Kann ich noch nicht erzählen Also ich habe natürlich Schon Figuren Aber ich mag jetzt noch nicht Darüber zu viel verraten Weil eventuell werde ich Die Figuren auch nochmal Verändern Und dann Habe ich es allerdings schon In die Welt Posaunt Wie die Figuren sind Und dann müsste ich mich Darüber rechtfertigen Also wie gesagt Ich Entwickele meine Drehbücher immer Indem ich meine Figuren Relativ plastisch Und Klar Definiere Und dann Handeln sie die Konflikte Miteinander aus Und dann entsteht dadurch Die Geschichte Sogenannte Character-Driven Filme Und Da bin ich gerade dabei Quasi wie An einem Computerspiel Wenn man so einen Charakter Sich aufbaut Meine Charaktere So klar Und plastisch Wie möglich zu bauen Super Also ich gebe mein Mikrofon An Karin weiter Sie können jetzt Ihre Fragen stellen An beide An Einzelne Wie sie wollen Nur an mich nicht Geben sie mir ein Zeichen Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen Und ich weiß Das schreckt jetzt umso mehr ab Bitte fragt irgendwas Irgendjemand Sie können auch sagen Wie es Ihnen gefallen hat Es ist ja immer noch Die erste Woche Nach Kino Start Also die beiden sind Sehr begierig Ihre Gedanken zu hören Die erste Frage Ist immer die schwierigste Derjenige Der sich stellt Kriegt den Ach Ich komme Eine Frau Wie schön Jetzt haben die Männer gleich Okay Okay gut Ja also mir hat der Film Sehr gut gefallen Vor allem atmosphärisch Hat er mir sehr gut gefallen Ich finde die Musik Hat da eine sehr große Rolle Mitgespielt Oder Also War dem Ganzen Sehr zuträglich Zur Musik Vielleicht später noch Eine kleine Frage Wie die ausgewählt wurde Aber von vornherein Als Lili zurückgekehrt ist Zu dem Geburtstag Des Vaters Da dachte ich Im ersten Moment Zumindest Sie kehrt nicht zurück Aufgrund des Geburtstages Sondern sie kehrt zurück Weil sie es draußen Nicht geschafft hat Oder es nicht so war Wie sie es sich Vorgestellt hatte War das jemals eine Option Also auch als er gefragt hat Da gehe doch zu Chris zurück Da dachte ich immer Okay Es ist ihr Stolz Der ihr das verbittet Das zuzugeben Aber im Endeffekt Hat sie es so nicht Gewollt oder geschafft Oder es war nicht so Wie sie es sich vorgestellt hatte Also ja Also ich glaube Du hast Wir duzen uns einfach Ich glaube Du hast das Genau richtig Empfunden Weil tatsächlich Ist Lili nicht Also sie hat Diesen Grund Geburtstag von Papa Liebend gern Natürlich genannt Weil sie Wenn sie zurückgekehrt wäre Und ihrem Bruder gesagt hätte Da draußen ist es nicht so Wie ich es mir vorgestellt habe Ich will zurück Hätte sie sich klein gemacht Und hätte ihrem Bruder Für die Zukunft Noch mehr Argumente gegeben Die hießen hätten In der Zukunft Ich kann machen Was ich will Du willst Du willst ja sowieso Nicht weg von mir Also diese 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 Angst davor Als das Kleine graue Mäuschen Dann weiter hier Auf dem Hof zu Oder so zurück Zurückkehren Als die Verliererin Ich meine Das kennen wir alle Wenn wir verletzt wurden Sind wir Eigentlich so Dass wir nicht Selber sagen wollen Es hat mir weh getan Sondern wir wollen Von dem anderen hören Mir tut es weh Und ich entschuldige bitte Und lass es uns Noch mal probieren Und genau das ist Dieser Ausgangspunkt Lili kommt zurück Und Hat eine Sehnsucht Zurückzukehren Aber wird es Ihrem Bruder Niemals So sagen Und beim Bruder Ist es eigentlich Genauso Also der Bruder Ist ja auch nicht glücklich Mit seiner Mit seinem Status quo Jetzt wo Lili weg ist Und er Zum Spießer Sich entwickelt Und diese ganze Rinderzucht Zu Ende gegangen ist Und er Stattdessen Gemüsegarten hat In Form eines Mühlespiels Aber natürlich Tut er seiner Schwester gegenüber So als würde er Jetzt total glücklich Damit sein Einfach um ihr zu sagen Ich bin Ich brauche dich nicht Was sagen eigentlich Deine Geschwister Dazu Dass du all das Immer verarbeitest In Filmen Die finden das Fällig in Ordnung Weil es tatsächlich Auch immer nur Einen autobiografischen Ansatz gibt Und nicht Irgendwie Ein biografischer Film ist Also es ist nicht so Dass irgendjemand Doch in diesem Film Jetzt Bruder Schwesterherz Muss sich meine Kleine Schwester Anna Auch mit der Rolle Lilly sehr identifizieren Aber das ist ja In dem Fall auch Keine schlimme Sache Habt ihr mal drüber geredet? Über Franz und Lilly? Klar Seit dem Film Das ist auch ganz süß Schreiben wir uns auch immer Wenn wir uns schreiben Am Ende Hallo Bruderherz Und sie Hallo Bruderherz Und ich Hallo Schwesterherz Gibt es weitere Fragen? Ich hätte nochmal eine Frage Zur Vaterfigur Die Ist irgendwie nicht so einfach Zu verstehen Finde ich Einerseits Hält sich der Vater Unglaublich raus Aus allem Er ist verletzt Er ist schwer verletzt worden Von einem Stier Und hält sich einfach raus Andererseits Liebt er aber seine Kinder sehr Du sagtest Der Vater hatte keine Liebe Für seine Kinder Aber ich finde Wenn ich das mir angucke Wie er seine Kinder anschaut Wie er auch immer wieder Sie auffordert Zurückzukommen Und wie er auch Immer von sich ablenkt Er sagt ja Mir geht es gut Kümmert euch nicht um mich Oder Seht zu Dass ihr selbst gut lebt Ich finde Er liebt seine Kinder sehr Aber er zeigt es halt sehr wenig Aber wann habe ich das gesagt Dass er sie nicht liebt? Ich habe es irgendwie so Im Gespräch eben Dann habe ich es falsch gehört Okay Also ich glaube Der Vater ist Die Augen von ihm Ja ja Die sind so intensiv Absolut Die Kinder gerichtet Also der liebt die Serie Okay Das habe ich dann falsch verstanden Akustisch anzusehen Also definitiv ist der Vater Jemand der Es gibt ja immer so dramaturgische Figuren Und man könnte denken Dass der Vater eine Art Schwellenhüter ist Das sind die Figuren Die immer versuchen Die Helden davon abzuhalten Eine Entwicklung einzugehen Also könnte man Wenn man sich das so anguckt Weil er ja Lilly Die eher dafür Dazu bringen will Zu bleiben Könnte man denken Er ist ein Schwellenhüter Und seine Frau Seine Ex-Frau Die ihr sagt Geh in diese Welt raus Könnte man denken Ist die sogenannte Mentorin Aber ich glaube In Wirklichkeit ist es andersrum Weil der Vater Ermutigt die Kinder Etwas beizubehalten Was ungewöhnlich ist In unserer Welt Nämlich eine Beziehung Als Geschwister zu wagen Und insofern ist er eigentlich Deren Mentor Und die Schwellenhüterin Ist glaube ich eher Rita Die sagt Werdet man normal wie die anderen Das ist ja langsam unangenehm Und insofern ist es Wenn man es sich genau anguckt Genau umgekehrt Wie im ersten Eindruck Inwiefern sind es denn Ich komme gleich rüber Inwiefern sind es denn Westernfiguren eigentlich Also man hat ja schon das Gefühl Dass ihr da so ein bisschen beeinflusst seid Das einfach in Deutschland ansiedelt Hast du Einflüsse Gezielte Einflüsse von Western Wo du sagst Da habe ich irgendwas aufgegriffen Wie jetzt zum Beispiel Diesen Typus des Vaters oder so Also definitiv von sehr vielen Verschiedenen Western Also ich würde nicht einen einzigen Jetzt als Referenz benennen Aber ja Also die Summe aller Westernfilme Hat immer wieder Gewisse Ja also hat mich immer wieder verleitet Gewisse Hommagen an Western zu bringen Also nicht nur diese Duellszene Zwischen den beiden Frauen Wenn sie da im Hofladen Im Grunde dieses Diesen Showdown Miteinander haben Sondern viele Sachen Auch zum Beispiel Die Tatsache Dass Franz immer ein weißes T-Shirt hat Was keine Flecken hat Obwohl er ein Landwirt ist Der Held hat halt weiße T-Shirts Und es sieht immer perfekt aus Und es gibt ganz viele Solcher Kleinigkeiten Aber ich habe auch immer Darauf geachtet Dass wir eben nicht versuchen So eine Art Western Abziehbild zu machen Sondern immer wieder zu sagen Ne wir sind tatsächlich In Deutschland Im Heute Und das was hier erzählt wird Versucht nicht Texas Zur Cowboyzeit zu sein Und gab es da Widerstände Weil Genre Gerade Western im deutschen Film Und gerade mit deutschem Fernsehen Oder so finde ich es noch schwieriger Da gibt es ja ganz oft Reibung Dass man sagt Das geht hier nicht mehr Oder geht überhaupt nicht Gab es da solche Punkte Wo es Reibung gab? Reibung ist ja gut Die hatte ich natürlich In der Entwicklung des Drehbuchs Allerdings nicht mit dem Sender Weil wir hatten ja keinen Sender Sondern mit Tatsächlich meine erste Kritikerin Ist immer meine Schwester Die Produzentin des Films Und da haben wir über viele Sachen Diskutiert und uns gerieben Und dann hatten wir auch Den Norbert Maas Oder haben den Norbert Maas Als Dramaturgen noch Der auch ein Anlaufpunkt Für Diskussion und Reibung war Ich habe den Film So empfunden Dass er eigentlich eine Geschichte Von Eifersucht erzählt Also Eifersucht Als sehr zentraler Moment Aber mich hat es ein bisschen gewundert Das Wort ist nie gefallen Ich meine das wahrscheinlich Das war selbstverständlich Also Eifersucht als eine Sackgase Ich darf dieses Gefühl nicht zeigen Weil gleichzeitig merke ich Dass ich dann Versager bin Indem ich damit nicht umgehen kann Und das was jeder von uns Auch im Leben kennt Habt ihr das auch so empfunden War das wirklich so ein zentrales Motiv Ich würde sagen Das zentrale Motiv ist eher Sehnsucht Als Eifersucht Eifersucht resultiert dann daraus Dass die Sehnsüchte eventuell Anfangen sich Bei dem einen Zu wandeln Zu etwas anderem Und der andere Der die Sehnsucht hat Eventuell das Beizubehalten Was immer schon war Anfängt eine Eifersucht zu entwickeln Weil er daran nicht mehr teil hat Also wenn Lilly jetzt zum Beispiel Ein neues Leben beginnt Dann entsteht natürlich Wie eine Eifersucht bei Franz Weil er merkt Dieses neue Leben Hat nichts mehr mit ihm zu tun Also Ja Also ich würde Klar hat es viel mit Eifersucht zu tun Weil Wobei ich würde das Wort Eifersucht Gar nicht Es ist eher Sehnsucht und Verletzung Also Und daraus entsteht Eine eifersüchtige Energie immer wieder Ja Aber ich würde nicht Eifersucht Als zentrales Thema des Films bezeichnen Würde ich auch nicht Also ich hätte jetzt Anstatt Sehnsucht hätte ich Liebe gesagt Aber ich finde das mit der Sehnsucht ganz gut Und dass das mit der Eifersucht Quasi wie so ein Nebenprodukt ist Das entsteht Weil das Bedürfnis nicht erfüllt wird Aber also es ging nie Also zum Beispiel für mich Ist eine Geschichte der Eifersucht Ist Othello Da geht es wirklich für mich Ganz stark um Eifersucht Ich finde der Film Erzählt nicht eine Geschichte Der Eifersucht Und was Eifersucht alles Für Facetten hat Und in was für Abgründe Das einen stürzen kann Es gibt einen ganz wundervollen Film Kinofilm Fago heißt er Der wirklich Eifersucht Thematisiert Also was das ist Wenn man Eifersüchtig ist Und Fälschlicherweise Und Wie man eine Beziehung Zu einem Menschen Denen man liebt Zerstören kann Aufgrund von Eifersucht Das finde ich hier nicht Also ich würde dem Tatsächlich auch eher Sagen Dass es um Sehnsucht Und um Liebe geht Und Mehr das Zentrum Liebe Die Keine Liebe sein darf In dieser Gesellschaft Also ich liebe einen Menschen Der Wo es eine Grenze gibt Und Die Frage ist Was fängt man damit an Entwickele ich mich Also gehe ich auf meine eigene Weiterentwicklung zurück Und Lasse das dann Dann stehen Oder Was mache ich damit Wenn es keine weiteren Fragen gibt Da habe ich ein Quasi Schlusskapitel Das Jedes Mal Bei dieser Veranstaltung Kommt in diese Veranstaltung Und trägt eine Frage im Titel Was tut sich im deutschen Film Und Ihr habt ein paar Sachen gesagt Die ich ganz spannend finde Wo ich jetzt zunächst mal Erst Zwei Sachen Rausfinden wollen würde Weil du hast vorhin gesagt Karin Dass die Dialoge so toll seien Bei Tom jetzt hier Und mich würde mal interessieren Weil das sagt man oft so Der deutsche Film hat so Schwächen im Dialog Woran macht man das denn fest Ist da Hat das was mit diesem Magischen Begriff von Authentizität zu tun Und was macht es anders Also du als Schauspielerin Erlebst das natürlich In erster Reihe Als erstes Was sind denn gute Dialoge Für mich sind gute Dialoge Ich habe mich mit Tommy Jetzt letztens Weil wir viel im Auto gefahren sind Während wir die Kino-Tour machen Und da hatten Das sind Szenen Die ich An denen ich gar nichts verändern muss Aber Ich spiele die Und Genauso Ich spiele sie das erste Mal Das zweite Mal Das dritte Mal Und sogar das zehnte oder fünfzehnte Mal Also die gleiche Szene Immer wieder Und habe immer noch Lust sie zu spielen Und es gibt manchmal so Szenen Die könnte ich also wirklich Also die könnte ich noch ewig weiter spielen Weil die jedes Mal Wenn ich die Szene spiele Extrem viel Spaß machen Weil also zum Beispiel Diese Szene mit Jenny Mit der Sophie in der Küche Wo wir uns beide so ein bisschen Oder die ganzen Essensszenen Wo wir zu viert da sitzen Und er mich fragt Und toller Schmorbraten Oder die andere Wo die Eltern kommen und sagen Indien Fantastisch Oder Und man Das sind so Dialoge Die kann man Das sind vielleicht nur Nuancen Ich weiß nicht Ob sich das überträgt Nach außen Aber ich habe das Gefühl Als Schauspielerin Ich muss am Text Gar nicht verändern Aber ich kann die Wirklich ganz facettenreich Nuancieren Und Das sind für mich Gute Dialoge Die einfach Obwohl sie Wirklich Ich spreche sie jedes Mal gleich Und ich merke Ich kann das so spielen 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 Und man könnte sich Ewig darin aufhalten Und zu gucken Wie man sie Interpretieren kann Und Tom Wie machst du das? Also weil du schreibst Das ja selbst Und es ist ja auffällig Dass es offensichtlich Eine andere Art Von Dialog ist Als man sonst oft sieht Erzähl uns mal einfach Wie sprichst du das Dann durch Nimmst du denn jemanden Und lass uns das mal Authentisch Durchsprechen Und dann so weit Abarbeiten Oder wie funktioniert so was? Ich frage mich das auch manchmal Nee 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 Es ist einfach wirklich viel Zeit investieren Also ich glaube Das Problem von vielen Drehbüchern ist Dass sie in zu kurzer Zeit entstehen mussten Und Wie lange hast du jetzt gemacht? Das sind jetzt zweieinhalb Jahre Drehbucharbeit gewesen Und da spreche ich jetzt nicht von Jedes Wochenende mal sich kurz ransetzen Sondern wirklich zweieinhalb Jahre Jeden Morgen aufstehen Guten Kaffee machen Und dann ran an die Buletten Und dann hat man am Anfang Es ist auch völlig normal Am Anfang hat man noch einen hölzernen Dialog Und einen Dialog der vielleicht Zu sehr eins zu eins das verhandelt Was die Szene verhandeln soll Und dann irgendwann aus irgendeinem Tatsächlich einer Inspiration Oder aus irgendeinem In einem Erlebnis Den man vielleicht Den man gemacht Oder das man gemacht hat Am Abend vorher Weil man irgendwie eine Situation In der U-Bahn beobachtet hat Kriegt man auf einmal so Schlüssel Wie man genau dieses Verhandeln Dieser Sache eben Im Dialog machen Ausdrücken kann Ohne es eins zu eins In Wörter so Oder die Situation so zu machen Dass es eben eins zu eins ist Und dann freuen wir uns Im Publikum sehr Wenn wir erkennen Die reden Über die eine Sache Und meinen die ganz andere Sache Und ja so Das kann aber alles nur Wenn man sich Zeit nimmt Klappen Wenn man nur einen Monat hat Dann kriegt man auch Keinen guten Dialog Ihr habt vorhin noch Über Improvisation geredet Dass sie hier nicht stattfindet Karin Du hast natürlich aber schon auch In Filmen des German Mumblecore Mitgespielt Allen voran zu nennen Lotte Wo du die grandiose Hauptdarstellerin warst Da wird es quasi fast Ohne geschriebene Dialoge Da muss ich tatsächlich Widersprechen Neuro Schulteis hat Schon ein Buch geschrieben Genau Meistens so ein Skelett ist das Ne 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 Das sagst Was du gerade In dem Moment fühlst Wenn du jetzt sagst Dass du es jetzt aber Eigentlich ganz angenehm findest Wenn das nicht so ist Und diese Welle Sag ich mal Des Improfilms Auch ein bisschen Abgeebbt ist Ich muss auch da Jetzt widersprechen Ich finde das Improvisieren Auch eine ganz Wunderbare Geschichte Ich weiß nicht Ob daraus immer Die tollsten Filme Entstehen Weil Beim Improvisieren Dazu neigt Mehr zu machen Ich hab Christian Ulm Macht ja Jerks und so Und das ist Sehr viel improvisiert Und ich hab Mit dem auch Ein bisschen Zusammengearbeitet Und Und er Kann das sehr gut Und sagt dann auch immer Versuch eher Weniger zu sagen Weil Beim Improfilm Das was Die Schwäche ist Finde ich Dass man sich wiederholt Was man bei einem Guten geschriebenen Dialog Eher nicht macht Sondern man lässt Die Sachen stehen Und man neigt dazu Zu denken Vielleicht reicht das jetzt nicht Ich wiederhole das noch Zwei, dreimal Was es dann aber Schwächer macht Aber trotzdem finde ich Das Improvisieren Extrem toll Weil Man muss Wahnsinnig wach sein Und Für mich ist es eher Die Die Kunst Bei einem geschriebenen Dialog Wo man Einen Dialog Wo man ganz genau Weiß Was der Partner Antworten wird Und man hat es Vielleicht schon Gerade 15 Mal Eben gespielt Und weiß auch Ungefähr Wie der Schauspieler Das spielen wird Das jedes Mal Frisch Zu spielen Und Da braucht es auch Eine gewisse Improvisation Die liegt nicht im Text Die liegt irgendwo anders Ich war gerade noch mal Gibt es noch eine Frage Von Ihrer Seite Ansonsten Was tut sich Im deutschen Film Was würdet ihr denn sagen Guckt ihr viel deutsche Filme Gibt es da Filmemacher Wo ihr sagen würdet Mit denen Ja das ist genau Meine Meine Art Stil Besonders bei dir Tom Als Regisseur Mit denen fühle ich mich Verbunden Irgendermaßen Die machen auch Solche Sommerfilme Die vielleicht gar nicht So deutsch wirken Ein Glück hast du Kein Mikro Uli Also ich finde Der deutsche Film Ist besser als ein Ruf Also es Tun sich Es tun sich Viele Sachen Im deutschen Film Und es ist immer In einem In einem Wandel Und es gibt Die verschiedensten Vertreter Die verschiedene Qualitäten Reinbringen In den deutschen Film Ich jetzt zum Beispiel Bin jemand der versucht Irgendwie Aufgrund seiner Französischen Sozialisierung Ein bisschen Aus der Richtung Mit rein zu bringen Also es tun sich Ich glaube es tun sich Viele Sachen Im deutschen Film Und es ist Keine Keine Zeit Wo wir uns Irgendwie Verstecken müssen Irgendwie Wie es mal Vielleicht mal war Wo es hieß Die Deutschen Machen Irgendwie so Ja Miefige Filme Oder so Ich glaube Auch international Ist das Ansehen Nicht schlecht Die viele gute Deutsche Serie Sondern eher Da verändert sich Verändert sich was Er hat Zurück geben Zurück geben Also bis bald Danke Danke